Verschwörung Prolog In der Ferne stieg Rauch auf. Rako zerrte sein Mundtuch herab und zog gleichzeitig am Hanfseil, das an den Ohren seines Elefanten riss. Das Tier schnaubte und stemmte sich mit seinem ganzen Gewicht dagegen, obwohl das Seiltief in seine Finger schnitt, ließ Rako nicht los. Staub wurde aufgewirbelt, bis sich der Elefant allmählich beruhigte. Rako hustete und bereute es, das Tuch nicht noch einen Augenblick länger über seinen Mund gelassen zu haben. Mit einem Fluch auf den Lippen leckte er sich die blutenden Finger. Die Büffel schienen erfreut, über die Pause zu sein, denn sie knabberten sogleich an den trockenen Büschen, die vereinzelt aus dem rissigen Boden wucherten. Die anderen Elefanten wachten am Rande der Herde, damit keines der Tiere verloren ging. Trotzdem versuchte Rako, alles im Blick zu behalten, auch wenn ihn die schwarzen Wölkchen, welche immer am Horizont empor stiegen, gefangen nahmen. Was ist dort? Sein Sohn war auf seinem Elefanten neben Rako gekommen. Mit Sorge im Blick und gerunzelter Stirn schaute Kettak ihm in die Augen. Für ein Lagerfeuer ist es leider zu groß, antwortete Rako und ließ die Zügel locker, worauf sich der Elefant wieder in Bewegung setzte. Schon einmal hatte er solch ein Spektakel miterlebt, doch damals aus nächster Nähe. Nur an vereinzelte Bilder konnte sich Rako noch erinnern, aber diese hatten sich in sein Gedächtnis gebrannt. Die unerträgliche Hitze, die durcheinanderlaufenden, schreienden Menschen, das Brennen in den Augen und das Gefühl zu ersticken, weil keine Luft mehr zum Atmen war. Es war schlimmer, als Rako befürchtet hatte. Der Gestank von verbranntem Fleisch setzte sich in seiner Nase fest und brachte ihn zum Würgen. Er nahm einen Schluck Wasser aus seinem Trinkschlauch, um den sauren Geschmack wegzuspülen. An ihr Zelt erinnerte nur noch der steinernde Grundriss. Hier hatte er viele Jahre mit seiner Frau Lothraka und seinen drei Kindern gelebt. Ketaks Brüder. Er konnte sich gar nicht ausmalen, was mit ihnen wohl geschehen war. Das Leder und die Balken mussten abgebrannt und vom Wind verweht worden sein. Ein einzelner verkohlter Fetzen klemmte zwischen den Steinen und flatterte, als wollte er entkommen. Darum sammelten sich Überreste von Leichen, die jedoch kaum noch als solche zu erkennen waren. Nur der stechende Geruch ließ keine Zweifel offen. Was war hier vorgefallen? Sein Volk baute die Häuser in einem genauen Abstand, der verhinderte, dass Feuer von einem Gebäude auf das nächste übergehen konnte. Denn gerade an solch trockenen Tagen wie heute würde schon der kleinste Funke sonst eine Katastrophe auslösen. Wo ist Mama? Ketak suchte die Hand seines Vaters und klammerte sich daran. Raku blieben die Worte im Halse stecken. Hier hatte niemand überlebt. Er pfiff einmal mit zwei Fingern und einer der Elefanten legte sich neben ihn auf den Boden. Raku packte Ketak mit beiden Händen und setzte ihn auf dessen Rücken. Selbst nahm er dahinter Platz und griff um seinen Sohn herum nach dem Hanfseil. In diesem Moment wusste er nicht, wo er hin wollte, Hauptsache weg von diesem Grab. Auf dem Weg aus dem Dorf fiel ihm ein Speer auf. Er war mit dem stumpfen Ende in den Boden gerammt worden. Die Spitze zierte ein Schädel, der ihn mit leerem Blick anstarrte und die Zunge herausstreckte. Schnell verdeckte Raku mit der Hand die Sicht seines Sohnes. Ketak klammerte sich nur an den Arm seines Vaters und schluchzte. Raku spürte, wie Ketaks Körper immer wieder zitterte. Das Dorf musste angegriffen worden sein. Aber von wem? Raku konnte es sich nicht erklären, doch langsam kehrten seine klaren Gedanken wieder zurück. Er musste mit Ketak und seiner Herde in die Hauptstadt nach Seatkor. Urkanor, der Stammesgott, musste erfahren, was hier vorgefallen war. Wenn eines der Dörfer überfallen wurde, konnte es auch mehrere getroffen haben. Und so wie es hier aussah, konnte Ketak nicht hoffen, dass dort jemand überlebt hatte. Untertitelung im Auftrag des ZDF,